In diesem Video möchte ich allen Outlook-Nutzern eine Möglichkeit vorstellen für extreme Zeitersparnis. So kannst du eine Arbeit, die normalerweise eine Woche dauert, in weniger als einer Minute erledigen. Und wenn sich das für dich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann solltest du dir jetzt dieses Video anschauen. Viel Spaß damit. Los geht's! In diesem Video geht es um Suchordner. Suchordner sind eine Alternative zu den klassischen Outlook-Ordnern, in die man E-Mails ablegen kann von Hand. Und diese Suchordner kennt kaum jemand, der Outlook nutzt. Deswegen möchte ich sie in diesem Video nochmal vorstellen. Die Suchordner befinden sich immer am Ende eines Postfachs. Man kann die hier so aufklappen. Und ich habe mal zwei Beispiele angelegt. Hier enthält Outlook. Jetzt, was ist ein Suchordner? Ein Suchordner, da handelt es sich um einen virtuellen Ordner, der eine an sich sämtlicher E-Mail-Elemente enthält, die einem bestimmten Suchkriterium entsprechen. Hier ist das Suchkriterium Outlook. Also hier sind alle E-Mails, in denen irgendwo das Wort Outlook drin vorkommt. Und hier mal das zweite Beispiel. Hier ist ein Suchordner, der quasi alle E-Mails enthält, die ich an Timo geschickt habe oder die ich von Timo bekommen habe. Und hier habe ich nie eine einzige E-Mail ablegen müssen. Das geht völlig automatisch. Das macht Outlook für mich. Und es ist quasi im Prinzip eine Mischung aus einer gespeicherten Suche, weil das ja automatisch gemacht wird, und einem E-Mail-Ordner. Und wenn man auf E-Mail-Ordner steht, ist das quasi die perfekte Lösung. Ich habe einen Ordner, der genau passt, und die Ablage macht mir überhaupt keinen Aufwand. Ich bin überzeugt, dass viele Leute, die ihre E-Mails von Hand in Unterordnern ablegen, dass sie sich gar nicht klar sind, wie viel Zeit das wirklich in Anspruch nimmt. Schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an. Angenommen, das wäre ein normaler Unterordner, kein automatischer Stelter, und hier hätte jemand von Hand oder ich hätte hier von Hand die ganzen E-Mails in den Ordner hineingezogen. Man kann links unten sehen hier, das sind knapp 20.000 E-Mails für diesen einen Unterordner. Und angenommen, das hätte ich von Hand gemacht, was würde das bedeuten? Können wir uns mal ausrechnen. Also rechnen wir mal mit 20.000 E-Mails in einem Unterordner. Also E-Mails in einem Ordner. Und angenommen, wie lange braucht man, um eine E-Mail abzulegen? Gut, ich muss das entscheiden, mir anschauen, den Kontext überlegen, in welchen Ordner passt das am besten. Dann die E-Mail nehmen mit der Maustaste, klicken, ziehen und ablegen. Das dauert schon kurz angenommen. Im Durchschnitt vielleicht 5 Sekunden pro Mail, um so eine E-Mail abzulegen. Gut, dann wären das in Summe 20.000, 5 Sekunden Ablegedauer. Dann wären das 100.000 Sekunden. Was ist das in Minuten? Also durch 60. Dann haben wir die Minuten. Was sind das in Stunden? Nochmal durch 60. Dann haben wir die Stunden. 28 Stunden. Jetzt, wie lange schaffe ich das an einem durchschnittlichen Arbeitstag? Angenommen, wenn ich 6 Stunden nichts anderes tue, außer E-Mails ablegen, ohne Pause, ohne mal was zu trinken, ohne einen Kaffee, ohne Toilette und so weiter. Also wenn jemand das 6 Stunden durchhält, Respekt. Ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber nehmen wir an, da schafft jemand wirklich 6 Stunden am Stück E-Mails abzulegen und das zu entscheiden, ohne zu ermüden. Also, dann haben wir als Ergebnis hier 5 Arbeitstage, also eine ganze Woche. Das heißt ja, nur um diesen einen Ordner hier bei mir zu erstellen, Unterordner mit allen Outlook-Elementen oder allen E-Mails, wo das Wort Outlook vorkommt, nur diese eine Unterordnung brauche ich quasi eine ganze Arbeitswoche, eine Woche meines Lebens. Und jetzt hat man normalerweise ja nicht nur einen Unterordner, gut, da sind jetzt auch viele drin, aber man hat ja oft 10, 20, 30, 40, 50 Unterordner, von daher das passt schon ganz gut. Dann, wer da so eine Ordnungsstruktur hat, der, wenn die Rechnung stimmt, und das glaube ich, dann investiert man da Wochen seines Lebens in diese Ordnungsstruktur. Und das ist schon dramatisch. Jetzt, was sind Gründe, warum es möglicherweise Sinn macht, mit Suchordnern zu arbeiten? Aus meiner Sicht haben Suchordner mehrere Vorteile. Das erste Vorteil ist die extreme Zeitersparnis. Wir haben es gerade gesehen, wenn ich diesen Ordner von Hand hier füllen müsste, dann würde das eine Woche Zeit kosten. Ich habe hier den Suchordner angelegt in unter einer Minute, also eine Minute gegenüber einer Woche. Das ist einfach eine Riesenersparnis. Vorteil 2. In einem normalen Ordner, da ziehe ich eben immer die Mails rein, die ich empfangen habe, aber ein Suchordner zeigt auch die gesendeten Mails an. Das ist auch ein Vorteil, dass eben Suchordner die empfangenen und die gesendeten Mails berücksichtigen. Der dritte Vorteil aus meiner Sicht, ich habe oft Mails, die irgendwie in mehrere Ordner passen würden. Zum Beispiel, ich bekomme von Timo eine Mail zum Thema Outlook. Jetzt, wo packe ich die Mail rein? In den Ordner Timo oder Outlook. Bei einem klassischen Ordner macht das ein Problem, bei einem Suchordner nicht, denn sie wird natürlich dann bei beiden Suchordnern angezeigt. Und der letzte oder der vierte Vorteil aus meiner Sicht ist, ein Suchordner ist 100% zuverlässig. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen. Jede einzelne Mail zum Thema Outlook ist hier, wird hier in diesem Ordner angezeigt. So ein perfektes Ergebnis würde ich von Hand gar nicht schaffen. Wie kann ich einen neuen Suchordner anlegen? Das ist gar nicht schwer. Ein Rechtsklick auf das Wort Suchordner, dann neuer Suchordner und dann habe ich hier einen Assistent, der mich unterstützt, was recht gebräuchlich ist. Ich habe hier viele Möglichkeiten. Nachricht von oder an bestimmte Personen. Das ist das Beispiel Timo. Also hier kann ich dann einfach über Auswählen eine Mailadresse eingeben und dann wird in dem Suchordner alle Mails von dieser Person angezeigt. Was man auch oft nutzen kann, ist zum Beispiel hier Nachricht mit bestimmten Wörtern. Da habe ich das erste Beispiel in den Outlook, habe ich über das gemacht, also über Auswählen kann ich jetzt hier ein oder mehrere Worte eingeben. Zum Beispiel, ich möchte einen Ordner haben mit allen Mails zum Thema OneNote. Hinzufügen, ich könnte jetzt hier noch weitere Suchbegriffe hinzufügen. Okay und jetzt muss ich nur noch mit Okay bestätigen. Und jetzt habe ich hier einen neuen Suchordner, der enthält OneNote. Der muss einmal jetzt eben erstellt werden. Das dauert einen kleinen Moment, aber ab da ist er immer aktuell. Das dauert nur beim Erstellen einmal eine gewisse Zeit. Und man kann übrigens auch Suchordner umbenennen, wenn man das möchte, auch kein Problem. Rechtsklick hier Ordner umbenennen, genauso wie einen Suchordner löschen. Da muss man keine Angst haben. Da werden nicht die E-Mails gelöscht in dem Suchordner, sondern nur der Suchordner. Die E-Mails liegen ja irgendwo anders. Die sind bei mir im Archiv oder bei gesendet. Und das ist ja nur eine Anzeige quasi. Deshalb kann man den auch jederzeit löschen. Und da passiert dann nichts. Also, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant. Und alle, die noch klassisch ihre E-Mails manuell in den Unterordner ablegen, von der Hand da reinziehen, können sich ja jetzt mal überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, doch den einen oder anderen Suchordner bei sich zu integrieren. Ich persönlich nutze ein chaotisches E-Mail-Archiv. Und wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert und warum ich das nutze, da haben wir ein eigenes Video dazu hochgeladen. Das Video hat den Titel von der Ordnerstruktur zur Google-Methode. Okay, jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.